Willkommen in Israel, liebe Freund von Israel. Es ist ein Pfeil, Sie zu haben. Es bringt einen neuen Geist, einen neuen Geist von Goodwill. Es ist die größte. Die Beziehung zwischen Deutschland und Israel ist stark, aber in Ihrem Sinne ist es nie mehr stärker geworden. Es ist mehr als nur eine Allianz, es ist eine wahre Freundschaft geworden. Und jetzt freue ich mich auf Unwohl die Brieche und vor allen Dingen auch darauf, das Kabinett kennenzulernen, das in der Tat sehr vielfältig ist. Eine deutsche Koalitionsregierung scheint dagegen sehr einfach zu sein.